Sound. Stellt sich die Welt vor. Ohne Sound. Es würde niemals Fernseher oder andere Medien geben. Musik würde niemals euren Tag gestalten und ihr würdet niemals Stimmen anderer Menschen hören. Diese Woche nahmen wir es uns vor die Welt der Geräusche und Musik zu untersuchen. Experimentell versuchten wir verschiedene Projekte in Kleingruppen zu gestalten. Also wir sind Lina und Esther. Wir haben eine Geschichte gemacht in der sehr viel Musik mitspielt und es geht um Freundschaft die auf eine harte Probe in etwa gestellt wird und dann wieder zusammen wächst. Am besten gefallen hat uns das Schneiden, das Vertonen und den Text Schreiben, weil wir eh gerne schreiben und ja. Die meisten Schwierigkeiten hatten wir am Ende beim Singen und Sprechen, weil wir uns sehr oft verhaspelt haben oder lachen mussten bzw. den Rollen nicht entsprechend sprechen konnten. Hey. Hey. Was ist denn los? Ach nichts. Man sieht dir doch an, dass du irgendetwas hast. Also rede schon. Mein Freund hat Schluss gemacht. Dabei waren wir doch das perfekte Paar. Er ist beliebt. Ich bin beliebt. Und jetzt? Jetzt ist mein ganzer Status kaputt. Mein Leben ist vorbei. Ich habe alles verloren. Keiner sieht so gut aus wie er. Keiner ist so beliebt wie er. Und deshalb ist er perfekt. Genauso wie ich. Und auch für mich. Kannst du bitte damit aufhören? Er ist nur ein Junge und perfekt ist er auch nicht. Niemand ist perfekt. Außerdem hat er dich durch eine andere ersetzt. Du solltest ihm nicht hinterher weinen. Was weißt du denn schon davon? Was ich davon weiß? Naja, nicht so viel. Es geht ja immer nur um dich. Du mit deinen unnötigen Problemen in deiner perfekten Welt. Hey, ich wollte mich entschuldigen. Also wegen vorgestern. Echt jetzt? Ja, wollte ich. Aber wie es aussieht, ist das bei dir nicht nötig. Du wirst doch eh von allen hier gemocht. Du bist immer nett. Hast für jeden den richtigen Rat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwer nicht mag. Die liegt doch die ganze Welt offen vor den Füßen. Da sieht man mal, was du wirklich von mir weißt. Obwohl wir schon ewig beste Freundinnen sind, siehst du nur das Oberflächliche an mir. Das, was jeder sieht. Wie es mir wirklich geht, weißt du gar nicht. Wie jetzt. Die Zeit wird alles heilen. Alles wird sie besser machen. Träume ich von. Damals fühle ich mich danach, als würde ich schlecht erwachen. Nichts ist, wie es war. Die Welt hat sich so oft gedreht, dass ich im Nebel dieser Zeit weder erkenne noch verstehe. Du bist erwachsen geworden. Die Zeit hat das aus dir gemacht. Schwierig, dass es mir so schwerfällt, zu akzeptieren, dass wir nicht mehr Freunde sind. Was soll das heißen? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dass ich so bin, wie ich bin, das konnte ich leider nicht ändern. Naja, du hast vieles falsch gemacht. Was davon tut dir eigentlich leid? Einfach alles. Dass ich nicht gemerkt habe, wie es dir geht. Und dass nach all den Jahren, dass ich mehr auf einen Status gegeben habe, als auf das wirklich Wichtige, dass ich wegen einem Typen fast ausgetickt bin. Und vor allem, dass ich dich für selbstverständlich erachtet habe und mich immer in den Mittelpunkt stellen musste. Und das meinst du wirklich alles ernst? Normalerweise bist du der Meinung, du kannst nichts falsch machen. Und entschuldigt hast du dich auch noch nie bei jemandem. Ja, ich meine alles ernst. Ich habe jetzt gemerkt, dass auch ich mal Fehler mache. Sehr oft sogar. Ich hab dich doch lieb! Freunde sind wie Sterne. So hell, so klar. Dein Licht in dunklen Zeiten. Geh immer nah. Freunde sind wie Sterne. So hell, so klar. Dein Licht in dunklen Zeiten. Deinem Herzen immer nah. Ich habe eine Parodie von Herr der Ringe erstellt. Genau genommen von der Schlacht um Helmst Klamm im zweiten Teil. Was mir gefallen hat, wenn man zunehmt, dass ich mal mit anderen Schnittprogrammen arbeiten durfte und dass ich selbst mal in einem richtigen Tonstudio aufnehmen durfte. Hey, Nikolas. Hast du mir auch noch nicht gesagt, welchen Workshop du machst? Und Aragon, was machst denn du eigentlich? Ich mache Film 1. Ja, ich mache Trickfilm. So, das ist ein Haarrecht an alle. Morgen ist erst um 10 Uhr früh wecken. Verstanden? Ey, was macht Lett Vito denn da? So, und die holen ihre Kamera raus. Und wollen sich interviewen. Da kommen sie ja. Motorapparate bereit machen. Oh, scheiße. Kamera gar nicht so stark gestellt. So, jetzt. Fotografieren. Es ist gut geworden. Los, fangt an. Fotos. Fotos. Also, wir haben ein Musikvideo gedreht von Bruno Mars, When I Was Your Man und haben dazu halt gesungen, das Video gemacht und ja. Wir wollten eigentlich auch noch dazu Klavier spielen, aber das hätten wir zeitlich nicht geschafft. Ich fand am besten, dass wir in so einem Tonstudio unsere Aufnahmen gemacht haben für das Musikvideo und ich fand auch die Dreharbeiten ganz toll. Ich fand am besten, dass wir in so einem Tonstudio unsere Aufnahmen gemacht haben. Ich fand es super. Und jetzt. Ich fand es gut. Bis zum nächsten Mal. It all just sounds like Oooooooooooo Oooooooooooo Too young, too dumb to realize That I should've bought you flowers And turned your head Should've gave you all my hours But I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My bride, my ego, my needs And my self will trace Cause a good, strong woman like you To walk out my life Now I never Never get to clean up the mess I made Oh And it hunts me every time I close my eyes It all just sounds like Ooooooooooo 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 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Too young, too dumb to realize That I should've bought you flowers And turned your head Should've gave you all my hours When I had the chance When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Although it hurts I'll be there first To say that I was wrong Oh, I know I'll be much too late Try and apologize for my mistakes But I just want you to know Oh, I hope he buys you flowers I hope he holds your hand Give you all his flowers When he has the chance Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the things I should've done When I was your friend Do all the things I should've done When I was your friend Unsere Gruppe hat von einem Video einen Dialog entwickelt und das mit eigenen Stimmen nachsynchronisiert hat er eine Musik entwickelt und das dann im Video drunter gelegt Wir haben verschiedene Geräusche genommen damit das Video eine bestimmte Atmosphäre hat Am meisten Spaß hat uns der Schnitt gemacht aber auch das Vertonen im Tonstudio Und, wie fandet ihr das Mittagessen? Super, lecker! Aber schade, dass so viele Essen weggeworfen haben Find ich auch, denn in anderen Universen hungern Menschen Du, dich hab ich gesucht Du hast das letzte Mal Essen weggeworfen Wer von uns? Du, weil du Essen weggeworfen hast Oh Eigentlich bin ich nur hier um meine brandneue Versklavungswaffe auszuprobieren Seht her, da ist sie Oh, Luftpolster Feuer Was? Eine Versklavungswaffe? Shit! Brauchen sie noch Assistenten? Denn alleine gewinnt man nie Ach, Jungs! Öl ist als Energiestoff nicht enthalten Gib mir das Kabel Hier! Ich brauche nämlich ein bisschen Atomenergie damit das Teil läuft Jetzt werde ich dich töten I, Pink! Warum gibt es Pink in einer Männerwaffe? Haha, ja! Man kann es zu einer männlicheren Farbe wechseln Zum Beispiel Grün Ja, das ist besser Grün steht aber für Hoffnung I, Hoffnung Rot Liebe Blau Natur Gelb Freundschaft Orange Orangenes Eis am Stiel Warum ist das alles positiv? Na ja egal, deine Zeit ist gekommen Ah! Hä? Hä? Was? Hä? Die Kindersicherung ist noch an Was hat eine Kindersicherung in einer Versklavungswaffe zu suchen? Bitte töte mich nicht, ich esse jetzt auch immer auf Sonst töte ich dich mit meiner Versklavungsgabe Plastikgabe Also unsere Gruppe hat quasi ein Making-of von allen anderen Gruppen gemacht so was die gemacht haben Fotos von denen Die meiste Zeit waren wir damit beschäftigt die Musik mit GarageBand selber zu erstellen Und was eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat ist das Schneiden und ich denke auf Fotos Jo, hat auch sehr viel Spaß gemacht bei den verschiedenen Gruppen so Fotos zu machen und sehen was sie so machen Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020